Hallo, wohin gehst du? Immer zu. Immer zu? Ja, ich sehe gern Tiere. Tiere? Welche Tiere? Lein, Monkey, hmm. Frau Nermann, wie heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch? Hallo Kinder, alle da? Ja, alle anwesend oder abwesend? Bitte, mach das Kursbuch auf Seite 41 auf, 41. Höre zu. Alle da? Ich lese die Anwesenheitsliste vor. Der Affe? Anwesend. Der Eisbär? Ja. Der Elefant? Ich bin da. Die Giraffe? Ja, ich bin da. Das Kamel? Anwesend. Das Känguru? Ich bin hier. Das Krokodil? Hier, ich bin hier. Der Löwe? Ich bin da. Der Pinguin? Der Pinguin. Der ist nicht da. Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er krank? Naja, er schwänzt bestimmt wieder die Schule. Die Robbe? Hier. Der Tiger? Auch da. Das Zebra? Anwesend. Habt ihr alle die Hausaufgaben gemacht? Ja. Okay. Übung Nummer 2. Bitte, höre zu und sprich nach. Die Giraffe? Die Giraffe? Die Robbe? Das Kamel? Das Krokodil? Der Elefant? Der Eisbär? Der Löwe? Das Zebra? Der Affe? Der Affe? Das Känguru? Der Pinguin? Okay, Schüler. Bitte, mach das Arbeitsheft auf Seite 54 auf. Wie heißen die Tiere? Verbinde. Okay. Das Eisbär? Ist das Eisbär? Nein. Das? Nein. Oder was? Okay. Verbinde. Okay. Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Welches Tier ist richtig? Lies und kreuz an. Das ist eine Robbe. Das oder das? Ich weiß nicht. Hebe Hausaufgabe. Okay. Wie heißen die Tiere? Löse das Kreuzwörterrätsel. Nummer 1. Was ist das? Elefant. Aber auf Deutsch Elefant. Sehr gut. Sehr gut. Nummer 2. Was ist das? Löwe. Löwe. Der Löwe. Ergänzen Sie das als Einhausaufgabe. Okay. Höre zu und male die Tiere. Übung 4. Höre zu und male die Tiere in der richtigen Farbe aus. Mein Zebra ist orange und grün. Mein Kamel ist gelb. Mein Tiger ist blau. Mein Affe ist rot. Das Zebra ist orange und grün. Sehr gut. Das Kamel ist gelb. Sehr gut. Der Tiger ist blau. Super. Englisch. Der Affe ist rot. Prima. Eben Nummer 5. Wo findest du die Tiere? Alli wo? Nicht wie. Läu alli wie findest du? Aber hier bin ich an den Opinion. Au meine Meinung. An Räi E. Zeit. Habaul Adjektive. Läkina bin ich an den Wo? Ich bin ich an den Platz. Zu Hause. Oder immer zu. Der Elefant. Hm. Immer zu. Sehr gut. Das Zebra. Immer zu. Die Katze. Immer zu. Okay. Und zu Hause. Der Hund. Zu Hause. Das Kamel. Zu Hause? Nein. Immer zu. Der Löwe. Ja, Mommy. Immer zu. Der Pinguin. Immer zu. Die Maus. Hm. Hm. Zu Hause. Hm. Das Kanguru. Hm. Das Kanguru. Immer zu auch. Die Gans. Was bedeutet die Gans? With. Immer zu. Oder zu Hause. Super. Zu Hause. Okay. Mach das Büchlein auf Seite 47 auf. Schreib nach. Hausaufgabe. Warte. 48. Schreib den Artikel. Wir sind überhaupt sie mit Tieren. Bill Artikel. Wie heißen diese Tiere? Hausaufgabe. Kulle da leicht und nicht schwer. Okay. Ergänze. Erb Tige mal einen Nomen mit dem Artikel. Der. Sei eh. Hä. Hä. Der. Tiger. Sehr gut. Hm. Win Kambil. ÖVG NUMBER 5. Was kann die Tiere? Was kann. Was kann ich machen? Ich kann spielen. Ich kann springen. Ich kann singen. Ich kann tanzen. Was kannst du? Kannst. Okay. Nummer 1. Das ist Zebra. Das Zebra kann laufen. Hm. Er ist sehr schnell. Der Elefant kann eh. Hm. Breglin mu Kalbosa di. Stampfen. Sehr gut. Jalla schreib nach. Stampfen. Verkrieg ne Stampfen? Dieb. 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 Okay. Leia eh. Wir haben die Steps. Keine Breglu. Okay. Das Krokodil kann eh. Kann eh. Kann tanzen? Nein. Kann schwimmen, ja Frau. Sehr gut. Les交 solo. Diegube kann eh. Diegube kann eh. Derぁ be vitrin которое slice brothel output? In der Fürst der Partys. Holl Heath. Ich persönlich. Was weiß diegubel kann eh? Ja please anstre day. Ja. делать klatschen. Diegube kann eh. Diegube kann eh. sehr gut das kenguru kann wie machen die Jumping? sehr gut springen sehr gut, Mascha Allah der Papagei kann sprechen, singen Wir sind fertig wir sind fertig Wir sind fertig keine Sicherung Tschüss